Ausweichen und... Ja, klasse. Das gibt's doch nicht. Ich schaff den nicht mehr. Ich hab den noch jetzt... ...was so toll hinbekommen. So, jetzt hier rüber und... ...genau so muss das gehen. So, Kleinspot da oben. So, wir bleiben jetzt einfach mal hier oben und... ...lassen ihn einfach seine Attacken auslösen. Ja, verdammt. Ich bin einbekommen. So, wir bleiben jetzt wie üblich hier oben. So, jetzt haben wir hier irgendwie auch gesiebt. Und wir können in die feine Stage. So, Final Stage. Wir haben 13 nehmt. Vielleicht reicht das ja tatsächlich. So, wir haben eigentlich 15 Versuche. Weil... ...dum gibt's Leben. Wenn ich's dann einsammle. So, jetzt hier runter, da runter, da runter, da runter. Und... ...und... ...noch einmal. Hier hinten rein. So, Boss Stage. Bam. Das ist der Boss, die erste Form. Und danach kommen nochmal drei Boss und dann kommt die letzte Form. Sehr, sehr, sehr viel Text davor. Ehrlich gesagt. Ich bin grad am überlegen, ob ich mir die... ...Magie-Attacken... ...woah... ...woah. Genau reingesprungen, mal hier. Wo. Wüsste nicht, dass die so tief kommen kann. Oh, das könnte ganz knapp werden Bam, so, Erste vom Tod Jetzt kommt die Boss Rush Mojus Mit der super tollen Musik Ich mag diese Musik, ich will sie So Erstmal ausweichen und sich hier die Dems Energie holen Das ist immer ganz gut bei dem Boss hier Ich weiß aber nicht, ob ich ihn schaffe, ehrlich gesagt Weil viel zu wenig Energie und so So, jetzt fängt er von vorne an So, jetzt haben wir ihn auch besiegt Jetzt kommt der nächste Das müsste die Magierin sein Die eigentlich total simpel ist Ehrlich gesagt Und ich habe das Essen nicht eingesammelt Okay Das war dumm Einfach raufkloppen Funktioniert bei diesen Bossen im Kring sehr gut Ja, klar Warum auch Und so weiter aber Probieren trotzdem Die letzten Attacken immer auszuweichen So Schnell Essen holen Weil es kommt eh gleich hier So, jetzt kommt er nochmal Das ist jetzt eigentlich Ja Recht einfach Wie gesagt Recht einfach So Und auf zum Final Boss Ich bin gespannt, ob ich ihn diesmal schaffe Also sie Also sie ist in dieser Es gibt eine einzige Attacke, die ich nicht abkann Und die kommt gleich Ich kann diese Genau die Ich weiß nicht, wie ich der ausweiche Also ich weiß schon, wie ich der ausweichen soll Aber Im Normalfall klappt das nicht Und dann Sterbe ich im Normalfall an dieser Attacke Es gibt einen Mück So Ich vergesse immer, dass man da nicht ohne weiteres rüberkriegen kann Also man kann schon Aber man muss Den Attackenfeuer Könnt ausweichen Wenn mich jetzt Ihre Attacke getroffen hat War das Sie, die mich getroffen hat So Jetzt kommt wieder die Attacke Wenn ich die überlebe Dann könnte ich sogar den Puss schaffen Das muss ich jetzt noch die überleben Und die Und nochmal die Ich hab's Ich hab's Ich hab's So, wir haben die Challenge spendet Das Spiel ist durch Ähm, ich bin nicht Die Game Over gegangen Damit lege ich jetzt einen sehr, sehr guten Vorsprung hin Insgesamt 14 15 nehmen, glaube ich Verbraucht So Puh Puh War das schwer Oh, schön Puh Und wenn das jetzt nicht aufgenommen hat Dann bringe ich mich um Seien's egal, was die laufen Ich spiele das nämlich nochmal auf schwer Wird aber jetzt gerne noch wissen, was das ist Ich will nur mal wissen, was das ist Und zweifeln nochmal alles Oh, mehr Gegner Cool Oh, neue Gegner Gegner Wow Dazu sollte man eine Challenge machen Zu dem Hui Das macht Spaß Und, ja Ja Das sind viel zu viele Gegner Okay Wie gesagt Spiel ist durch Da bedanke ich mich fürs Zuschauen Und wir sehen uns Bei einer anderen Challenge vielleicht wieder Und ich sag bis dahin, Leute